so herzlich willkommen zurück hallo wir sind in wärme young city wir haben das relax subs gefangene und sowas ja ich habe auch schon den haben wir gemacht kann ich nicht sogar schon surfer ich hab noch kein zwölf oder doch ich kann schon surfen yes ich weiß nicht so richtig ob die normale poko wiki dafür sind ach genau die limonade brauche ich noch so und hier müsste es jetzt immer noch geben was möchtest du hier limonade bei mir gleich ein paar mit drei ich mache das limonade ist nämlich sogar besser als tränke und billiger dafür so hierhin guck guck wir fühlen uns heute großzügig ich gebe uns ein bisschen limonade und wird das nicht vorbei was sagst du hier läuft nicht vorbei dankeschön tübi wir sagen die anderen bescheid dass sie sich auch durch lassen cool tschüss ich spiele zum silverserver surfer server 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 nicht surfer hier kann ich auch noch ein bisschen buddeln wenn ich schon da bin wenn ich schon hier alles rumlaufe dann nehme ich den ganzen quatsch auch mit zum aufbuddeln buddeln buddeln uh sonderbonbons und ne große perle aber die kann man wieder gut verkaufen wahrscheinlich ok und ne einfachen trank so jetzt kommen wir auf rute 15 und dann wird es unter Umständen jetzt ein bisschen langweilig weil wir dann versuchen hier in dem bereich wahrscheinlich undringe wie dort zu fangen oder hier judi ich brauche halt eigentlich nicht nur als bist du glaube ich bodengift glaube ich hat mich���Ronald nicht funktionieren doch funktioniert mal gut naja gut dann noch ihren donnerstag hinterher Und ich hab gesappert. Oh, sehr schön. Dito, 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 Dito. Nicht, nicht Tauboga. Dito. Entladung. Tschüss, Tauboga. Danke für die Erfahrungspunkte. So level sie natürlich relativ schnell. Zwei Stunden später. Schade. Jetzt muss ich's nur noch fragen. Moment. Ich glaub, mein Bibo hat den schwächsten Angriff mit Zerschneider. Use Transform. Zerschneider. Das ist nicht euer fucking Ernst. Nein. Oh, man. RIP. Oh, nee. Oh, fuck. Ich muss ein schwaches Pokémon mitnehmen, um Dito zu fangen. Gehen wir mal suchen. Ob wir hier noch irgendwo ein Pokémon-Mönchen haben, das wir mitnehmen können. Was schwach genug ist. Ich muss ein schwach. Level. Wie soll man das denn bei Level sorten? Level 35 Beauty! Nidorino. Du hast ein Item? Wie sollst du ein Item? Wir tauschen mal kurz für Pikachu aus, ja? Was ist denn du für ein Item? Silberpuder. It's a shiny Silberpuder, that will boost the power of bug-type moves. Aha. Wir sind es hier. Signal Beam. Ein leuchtender oder ein blitzender Lichtstrahl. Kann auch verwirren. Schlafpuder. Und Psystrahl hast du auch noch. Gar nicht so kacke. Muss ich mal zugeben. Muss ich mal öffentlich zugeben, das ist gar nicht so kacke. Weil ich muss sie trotzdem noch heilen. Bin ich hier schon Level 49 mit Vulpix? Wir machen mal die 50 noch voller. Weil jetzt kommen wir auch die Person entgegeln dafür. Ja, es ist doch Inferno. 100 Power, 50 Genauigkeit. Aber nicht so viel. Das ist ja schon wie ein 85er Power 110. Ach so, weil es eine garantierte Verbrennung ist. Hm, ich brauche aber keine garantierte Verbrennung. Ne. Ne. Feuerblast reicht mir. Ich brauche nicht noch Entferner. Das reicht mir. Jetzt habe ich die dort doch gesehen, ne? Aber damit kann ich jetzt nachgucken wo es ist. Route 8 ist es auch schon. Moment mal, hier steht Route 8, Route 47. Und board 8? BHD oder 4? 9? BHD, 24? Dann, welches System ist nur sortiert. Oder 7? 4? Oder 8 ist da? Und die steht hier doch auch dabei, ist nur ziemlich selten. Ich verstehe noch nicht ganz, warum das hier überhaupt nicht dabei steht, zum Fang, wenn ich in Pokédex reingucke. Hier, Route 8, Route 47. Die Limbus Body Protects Pokémon von Paralyse, okay. Im Post-Talk, Pokémon Transforms Itself into Pokémon It's Facing. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, warum das dort nicht so steht.